Drei Montessori-Tipps für Krisenzeiten. Wir alle wünschen uns, für uns und unsere Kinder, beruflich und privat, dass es ein gutes, schönes, zufriedenstellendes, erfüllendes Leben ist. Und doch wissen wir alle, zum menschlichen Leben gehören auch Krisen dazu. Scheitern, Anlässe des Trauerns, Krankheiten, Tod, Veränderungen. Nicht immer ist das menschliche Leben nur einfach. Und das gehört dazu. Wie begleiten wir also Kinder? Gut, in solchen Situationen. Wenn Kinder mit Krisen konfrontiert sind, Krankheit in der Familie, der Tod eines Haustiers, politische Veränderungen, es gibt vieles, was das Leben schwer machen kann. Auch für Kinder. Wo immer wir können, ist es unsere Aufgabe, aus Sicht der Montessori-Pädagogik, dass wir Sicherheit vermitteln, Halt und Geborgenheit. Kinder und Jugendliche brauchen Sicherheit, Halt und Geborgenheit. Gerade in Krisenzeiten. Wie auch immer wir es vermitteln können. Das Zweite, was Sie aber auch brauchen, ist Echtheit, Authentizität. Und zu Krisensituationen gehört auch dazu, dass wir nicht immer wissen, wie wir selber mit dieser Krise umgehen sollen. Wenn es gerade um Trennung geht oder wenn es um Krankheit geht, dann sind wir auch gefordert. Und unter Umständen fühlen wir uns selber nicht immer ganz sicher, bräuchten selber Halt und Geborgenheit. Das heißt, wenn wir Kindern Sicherheit, Halt, Geborgenheit geben sollen, dann brauchen sie trotzdem unsere Authentizität. Und das heißt, dass man an manchen Momenten auch sagt, ich bin auch traurig. Ich kenne mich auch gerade nicht aus. Ich weiß gerade nicht, wie wir das machen werden. Aber wir bemühen uns. Denn Kinder brauchen das Gefühl, dass wir Erwachsenen ein Stück weit diesen Schritt vor ihnen gehen. Und das Dritte, was Kinder benötigen, in allen Arten von Krisenzeiten, ist die Gewissheit, geliebt zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir wissen, man hat mich lieb. Und geliebt zu sein, das heißt auch zu genügen. Also du bist gut, so wie du bist. Und gerade in einer Krise ist es für Kinder wichtig zu spüren, dass sie in Ordnung sind. Dass es auch in Ordnung ist, traurig zu sein, verwirrt zu sein, enttäuscht zu sein, verzweifelt zu sein oder wütend zu sein. Du bist gut, du bist in Ordnung, so wie du bist. Und wenn wir Kindern Sicherheit geben, wenn wir authentisch bleiben in unserem eigenen Sein und wenn wir bei allem Drama unser Herz offen lassen, dann werden Kinder mit uns durch eine Krise durchwachsen. Wir werden wachsen und die Kinder werden wachsen. Und wir werden uns weiterhin wünschen, dass diese Krise, welcher Natur auch immer, bald vorbeigeht. Wir werden uns wünschen, dass irgendwann am Ende dieses Tunnels, der länger oder kürzer sein kann, wieder Licht scheint. Und Berichte von Menschen, die durch Krisen gegangen sind, geben Anlass zur Hoffnung, dass irgendwann immer auch wieder Licht am Ende des Tunnels erscheint. Im Gehen durch schwere Zeiten vermitteln wir, wo wir können. Echtheit, Halt, Geborgenheit und Liebe. Mehr braucht es nicht. Das ist alles. Das ist alles.